Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Stardew Valley? Nö, natürlich keine Stardew Valley, sondern live in the woods. Da war ich irgendwie gerade, äh, äh, huch. Ich hab die Dings ausgeschaltet. Ah. Ich lass die mal erstmal an. Warte mal. Ich hab keine Ahnung. Ich lass die erstmal an. Das soll ja irgendwie Probleme machen, äh, mit, ähm, hier, dass es ruckelt und so weiter. Aber, ähm, naja. So. Ne Baumplantage. Da kommt ja das Lager hin. Da würde ich gerne, äh, äh, einen Bauernhof machen. Oh, die hab ich ja noch gar nicht gesehen. Avocado. Avocado. Ach doch, die hab ich, glaub ich, schon gesehen. Aber vergessen wahrscheinlich. Ja, hier hinten ist ein bisschen zu viel Wasser. Für ne Baumplantage. Also eine Möglichkeit, äh, 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 eine blauen Plantase, ähm, zu bauen. Wäre tatsächlich. Im Schneegebiet. Da, so. Weil da ist es nämlich super flach. Oh, ist das kalt. Ich hab mir keine Hose angezogen. Wächst schon so ein gelber, äh, 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 Eiszapfen da vorne dran. Ach, äh, pf, pf, pf. Pf, 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 pf. Pf, 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 pf. Entschuldigung. Ja, wir sind wieder am Rumwandern. Hier wird's wieder rockeliger. Alter! Pfe, pf, 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 pf! Volle Riesenklotz. Wie man schnell einen Klotz baut. Alter, das sieht krank aus. Es ist aber auch nur vorübergehend da. Also keine Sorge, das kommt auf jeden Fall wieder ab. Auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Bärnen. Oh, und so viele. So, was haben wir hier? Stoffgarten. Cool. Was sind das denn da für Blumen? Osterglocken. Oh. Boah, die sind cool. Life in so was bietet so eine extreme Auswahl an Blumen. Das ist so geil. An Pflanzen und Sachen und weiß weiß ich nicht. Ich liebe das Spiel. Oh, ich will auch nie wieder, ähm, das normale Minecraft spielen, weil... Ach, ja. Der magische Wald ist hier. Oder ist das jetzt ein neuer? Ah, trübischer Garten. So viele Füchse hier. Oh Gott. Die habe ich völlig übersehen. Die habe ich völlig übersehen. So schön hier. Diese Lianen will ich auch unbedingt, äh, abbauen. Kann ich jetzt nicht, weil, ähm, ich keine... Dings habe. Keine Schere. Lavendel. Pinke Narzisse. Boah, ist das geil hier. Feuerbusch. Boah, ist schon nice. Kleefeld. Was haben wir hier? Stiefmütterchen, oh. Ah. Ah. Au. Sorry, wenn ich, äh, so, so, so still bin, aber ich genieße das auch ein bisschen. Oh, da will ich hin. Alter, da sind richtig viele von diesen Früchten. Hä? Wo bin ich denn hier gerade? Ah, da, okay. Okay. Ich bin da eigentlich immer noch am suchen, wo wir eine geeignete Stelle haben für, äh, Dings. Ähm, ne Baumplantage. Keine Blamage auf dieser Baumplantage. Wiss. Sogar, oh. Was? Ach, hier bin ich, okay. Ach doch, Boden, Boden, Dinger haben wir schon, okay. Jetzt kann ich die auch alle mitnehmen. Äh. Ach, Buntnässe. Haben sich ordentlich vermehrt hier. Muss ich, äh, mal meinen Respekt aussprechen hier. Freut mich, dass die sich so vermehrt haben. Was mich allerdings nicht freut, ist, äh, dass es wieder dunkel wird. Keulenbäle, aha, okay. Wo kommt die denn hier? Oh, guck mal hier. Ja, das wird hier nix. Ich kann ja da nochmal gucken, aber ich, äh, glaube, ich werde das da hinten irgendwie machen. Okay. Okay. So, habe ich eine Schaufel? Nein. Machen wir mal zwei Schaufeln. Und die mache ich diesmal normal. Dann nehme ich mir ein bisschen Erde mit. Und dazu dann ein paar Saplings. Okay. 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 So. Wir müssen mal schneller wachsen. Schlafen! Ich sage die ganze Zeit, wir wollen auch mal nachts aufbleiben, aber dann schlafe ich doch immer. Moment. Ich kann ja da noch mal gucken. Eine andere Möglichkeit wäre da halt noch. Ich gucke noch mal ein bisschen. Also hier sieht es schon mal schlecht aus. Ah, hier gibt es schon mal eine Kuh. Oh, das ist gut. Moko. 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 Gut, wenn er nicht raus will. Wo bin ich hier eigentlich gerade? Oh, okay. Minecraft ist so eine Seuche. Oh, hier. Hier ist es flach. Ein Wald. Ein bisschen Terraforming müssen wir hier betreiben. Und leider müssen wir auch hier ein paar... Oh, nein. Friteusenfett. Mh. Heiß. Flüssig. Fettig. Dein Freund, wenn du Hunger hast. Fritteusenfett. Fritteusenfett. Äh. Da werde ich jetzt nicht runter. Ich kann nicht aufhören. So. Komm. Da, da, da. Fritteusenfett. La. Fritteusenfett. Yeah. Fritteusenfett. Oh, yeah. Fritteusenfett. Oh, yeah. Oh. Fertösenfett. Ha! Wunderbar! Fritteusenfett. PAM! Fritteusenfett! Fett, 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 Fritteusenfett, Fett, 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 Fritteusenfett. Ach guck mal, so kann man das auch machen dann. Geil. für eine ordentliche baumplantage brauchen wir auf jeden fall platz super leid fett Oh ja Friseuzenfett 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 Fettiges Fett! Fette Margarine... ...fette Leber... Fett! 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 Fetti! Fett! 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 Fett 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 fett... shotlige Fat Mit Friteursen Fett Friteursen Fett Friteursen Fett Friteursen Fett OOH YEAAH Friteursen Fett Frittosenfett Frittosenfett Fertige Frittose Frittosenfett 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 Fettarschfett Frittosenfett Frittosenfett Oh, was ist denn das? Oh Cool Frittosenfett 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 Muss jetzt mal wieder nach Hause kommen Kann ich mir eigentlich Ne, Wolle hab ich nicht, ne? Ach, scheiße Am nächsten Tag werden wir uns ein Häuschen bauen Ich renne einfach mal jetzt Frittosenfett 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 So, mal eben kurz gucken Kurz gucken Aha Ah, eins, zwei, drei Hervorragend Äh, da Häppchen Oh, ein Herzfisch Oh So Hoppala Wir werden auch erstmal so ein ganz kleines Ähm Ähm Erdhütchen So eine kleine Erdhütte bauen Der Golem ist weg Zum Glück Da hat er den Block geklaut Der Penner Kriegen wir den wenigstens wieder Den Block Nö Dafür Ergras Was Eine Spinner Hallo Hallo Ist schon schön hier So, wenn ich jetzt hier hochgehe und einfach geradeaus gehe, warte, wenn ich hier geradeaus gehen würde, komme ich genau hier an. Das heißt, Entschuldigung. Wenn ich hier den Weg baue, komme ich so an. Okay. Da mache ich das... Da oben waren wir eigentlich noch gar nicht so wirklich. Das heißt dann, ich mache hier dann so schön groß die... Also hier den Weg. Ach, ich kann... Ach, ich kann nicht. Ich setze mal eine Fackel da hin. Ja, du mich auch. Hä? Ach, die haben wir schon wieder mitgenommen. Ach so. Gott, oh Gott, oh Gott. Tja, wie ging das Teil noch? Nein, so nicht. Nein. Halt, stopp. So, okay. Mache ich mal einen Meißel. Macht ja nichts, wenn wir jetzt mehrere haben. Aber dann mache ich mal zwei Stacks. Warte. Mache ich mal drei Stacks. Mache ich mal. itudini and cameras. Mir рассchnt. Mache ich mal. 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 Ich bin오� exchange. Sie장을 inchad Kosten. So. Das wird jetzt hier auf jeden Fall nicht der finale Weg werden. Den werden wir nach und nach halt hübsch machen. Ich bin voll. Deine Mutter ist voll. Entschuldigung. Starbound. Ich höre hier Lava. Ach verdammt. So. Bis hier. So, dann haben wir hier schon mal einen Weg. Das wird hier alles noch später begradigt. Nicht begnadigt, sondern begradigt. Wie komme ich denn jetzt auf den Böbel? Hier begradige ich auch mal. So. 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 Ja, dann wollen wir mal schlafen und in der nächsten Folge machen wir dann weiter mit der Baumplantage. Sehr interessant. Mach ich das mal lieber dicht. So, also in der nächsten Folge Baumplantage. Tschüss.